Von 125 Millionen US-Dollar gingen 40 Millionen, also fast ein Drittel des gesamten Budgets, nur für die Vermarktung drauf. Alter, wenn du 40 Millionen rausballerst für Marketing, ein Drittel, dann musst du dich auch nicht wundern. 40 Millionen für Marketing, Alter! Was haben die denn da alles geschaltet? Das war wahrscheinlich diese Werbung, die man immer auf YouTube bekommt mit diesen komischen Spielen. Fragt mich nicht, wer diese Spiele spielt. Also ich nicht. So Freunde, wir schauen von GameStar. Diese neuen Spiele haben ihre Studios ruiniert. Dabei waren gar nicht alle so schlecht. The Thumbnail hat, glaube ich, Gollum gezeigt. Das Spiel wollte ich fast auch vorbestellen, Alter, weil ich gedacht habe, das muss mega geil sein und so weiter. Aber es war nicht geil, es war scheinbar schrecklich. Und das ist wahrscheinlich eins davon. Die haben hier gar keine Sprungbacken sicher. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, welche Spiele die Studios dann ruiniert haben. Und wir gehen gleich mal rein. Habe ich schon gesagt? Ja, von GameStar, ne? Von? Vor acht Tagen. Let's go. Spieleentwicklung ist oft ein riskantes Geschäft. Manchmal reicht schon ein einziger Verkaufsflop oder ein Projekt, das während der Entwicklung zu teuer wurde und das Studio dahinter muss für immer dicht machen. Denn viele Teams hangeln sich gerade so von einem Projekt zum nächsten. Sind das schon die Spiele? Zum Glück muss nicht jeder Flop gleich das komplette Aus für ein Studio bedeuten. Manchmal kann zumindest ein kleiner Mitarbeiterkern einen Neustart versuchen. Doch so viel Glück im Unglück ist selten, wie ein Blick auf einige der Spiele der letzten Jahre zeigt, die ihre Studios ruiniert haben. Die wahrscheinlich größte Tragik an dieser Liste ist, dass das längst nicht alles schlechte Spiele waren. Einige waren sogar richtig gut, manche sogar herausragend. Andere waren tatsächlich ein richtiger Reinfall, also auch inhaltlich. The Day Before, ja natürlich. So wie das erste Spiel in unserer Liste. Das Hamburger Studio Daedalic Entertainment hat sich mit liebevollen Point-and-Click-Adventures wie Edna bricht aus, The Whispered World und der Deponia-Reihe, besonders in Deutschland, einen enorm guten Ruf erarbeitet. Umso größer war die Enttäuschung, als im Mai 2023 dann Der Herr der Ringe Gollum erschien. Das Spiel war technisch und inhaltlich in einem so unfertigen Zustand, dass es im GameStar-Test gerade mal 30 Punkte bekam. Später veröffentlichte Patches brachten zwar leichte Verbesserungen, doch da war das Kind längst in den Brunnen, äh, in den Schicksalsberg gefallen. Dabei war Gollum sogar das teuerste Spiel, das Daedalic je entwickelt hatte, auch wenn dieses Budget noch weit von internationalen Blockbustern entfernt war. Ich frage mich immer, haben die das nicht gesehen, Alter, dass das so schlecht ist? Der Release war jedoch so eine Katastrophe, dass Daedalic in der Konsequenz sogar die hausinterne Entwicklungsabteilung schließen musste. Damit wurde auch ein weiteres bereits laufendes Projekt eingestellt und 25 Angestellten gekündigt. Daedalic wird uns trotzdem vorerst erhalten bleiben. Kann man so einfach kündigen, Alter? Wahrscheinlich, ne, wenn man, wenn man pleite ist, dann kann man nur noch kündigen. ...bleiben und als Publisher tätig sein. Ende Mai steht beispielsweise der Release des rundenbasierten Superhelden-Tag. Taktik-Spiels Capes an. Auch die Entwicklung des Deponia-Ablegers Surviving Deponia läuft noch weiter, da Daedalic hier nur das kreative Design, also Story, Dialoge und Quests übernimmt. Aber ein komplett selbst entwickeltes Spiel wird es von Daedalic wohl für lange Zeit nicht mehr geben. Das Studio hat zugemacht von Kalisto-Protokoll? Das Spiel war doch geil. Also ich fand das geil. ... virtueller Nachfolger zur Dead Space-Reihe angekündigt. Passenderweise war ja auch Dead Space-Schöpfer Glenn Schofield nicht nur mit dabei, sondern gründete sogar die Striking Distance Studios, das Team hinter The Kalisto-Protokoll. Was? Ja, das ist echt... Selbst der Protagonist heißt mit Vornamen Jacob, der von Dead Space heißt Isaac, eine Referenz auf die Bibel, in der Jakob einer der Söhne des Isaac ist. Allerdings blieb The Kalisto-Protokoll hinter den Qualitätserwartungen der Spieler und den Verkaufshoffnungen des Publishers Crafton zurück. Zum Release gab es zudem gerade auf dem PC noch starke Performance-Probleme und auch einige Schwächen im Gameplay. Beidem wirkte das Entwicklungsteam in den Monaten nach dem Release durch Anpassungen bei den Kämpfen und der Technik zwar ein bisschen entgegen, doch davon bekamen viele potenzielle Käufer wohl gar nichts mehr mit. Und auch die DLCs und das Story-Add-on Final Transmission konnten dem Spiel kaum noch einen Aufschwung bescheren. Im August 2023 wurden dann zunächst 32 Angestellte beim Entwicklungsstudio Striking Distance entlassen, um die Prioritäten des Studios neu auszurichten. Das ist krass, Freunde. Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht, Alter, dass die mit dem Kalisto-Protokoll-Spiel so schlecht unterwegs sind. Also ich fand das Spiel geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat das gut gefallen. Es war jetzt auch nicht so lang, okay, die Kämpfe waren jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber der Endboss-Kampf, der war schon krass, Alter. ...Gründer Glenn Schofield, die Firma. Striking Distance gibt es aber in etwas abgespeckter Form weiterhin. Das Team arbeitet aktuell an einem Roguelike-Spinoff im Kalisto-Universum und an einem weiteren AAA-Spiel. Mhm. Ein Roguelike, dann mach ich nicht mit. Ein First-Person-Shooter mit Magie statt Knarren. Das klingt vielleicht in manchen Ohren ganz cool, doch leider hat sich am Ende kaum jemand für Immortals of Avium interessiert. Und so wurde das erste Spiel der Ascendant Studios zum Verkaufsflop. Auf Steam hat Immortals of Avium beispielsweise nicht mal die Marke von 1000 gleichzeitig aktiven Spielern geknackt. Das lag unter anderem auch... Aber das sieht für mich auch nicht so geil aus, muss ich ehrlich sagen. ...auch am schlecht gewählten Release-Zeitraum, nämlich genau zwischen Baldur's Gate 3 und Starfield, zwei besonders heiß erwarteten Spielen im Herbst 2023. Da half auch das enorme Marketing-Budget nicht. Von 125 Millionen US-Dollar gingen 40 Millionen, also fast ein Drittel des gesamten Budgets, nur für die Vermarktung drauf. Für einen griffigen Namen reichte es wohl aber trotzdem nicht. Ehemalige Entwickler von Ascendant Studios bezeichneten den Versuch auf dem heutigen Markt... Alter, wenn du 40 Millionen rausballerst für Marketing, ein Drittel, dann musst du dich auch nicht wundern. 40 Millionen für Marketing, Alter. Was haben die denn da alles geschaltet? Das war wahrscheinlich diese Werbung, die man immer auf YouTube bekommt, mit diesen komischen Spielen. Kennt ihr die? Die Video... Die Werbung? Also die ist extrem nervig und fragt mich nicht, wer diese Spiele spielt. Also ich nicht. ...einen AAA-Singleplayer-Shooter zu machen, sogar als furchtbare Idee. Immortals verkaufte sich so schlecht, dass die Manager der Ascendant Studios nur drei Wochen nach dem Release 45% der Mitarbeitenden kündigen mussten. Im April 2024 hieß es dann zunächst, das Studio würde schon fleißig... Aber ganz ehrlich, Freunde, ne? Diese Fantasy-Spiele, haben wir da nicht schon genug von? Brauchen wir da immer wieder neue? Ich weiß es nicht. Ey, der Markt ist so breit gefächert mit diesem Fantasy-Kram, Alter. Hier rumfliegen, da rumfliegen, da eine Feuerkugel lang und da noch eine in blau, in rot, keine Ahnung was. Also ich glaube, der Markt ist einfach zu voll mit diesem Fantasy-Kram. Und da kann mir keiner erzählen, wenn jetzt ein neues Fantasy-Spiel kommt, dass das alle kaufen werden. Und ich glaube, das war genauso ein Kandidat davon. Als sie am nächsten Titel arbeiten, eine Woche später, wurde fast der gesamte Rest der Belegschaft aber erstmal beurlaubt. In den USA bedeutet das, dass sie technisch gesehen ihre Jobs zwar behalten, aber eben weniger bis gar nicht arbeiten und deshalb weniger bis gar kein Geld verdienen. Ähnlich wie The Callisto Protocol hatte übrigens auch Immortals of Avium mit technischen Problemen zum Release zu kämpfen, wurde aber auch mit Updates versorgt. Inzwischen war das Spiel bei PlayStation Plus dabei und ist jetzt auch im Game Pass für PC und Xbox enthalten. Und ebenfalls wie Callisto ist auch Immortals of Avium Die Fans sollten aber durchaus mal einen Blick auf das ambitionierte Projekt werfen, denn ob es je wieder ein Spiel von den Ascendant Studios gibt, steht aktuell in den Sternen. Ja, und die arbeiten ja auch ganz schön lang da dran. Und bis das Ding dann rauskommt und dann kauft es keiner. Lange Jahre war BioWare das Gütesiegel für Story-Rollenspiele. Durch Games wie Baldur's Gate, Knights of the Old Republic, Dragon Age und Mass Effect wurde das Studio zum Spitzenreiter im RPG-Genre und ist über die Jahre auch immer weiter gewachsen. 2009 wurde beispielsweise BioWare Montreal gegründet. Das Studio kümmerte sich zunächst um einige der DLC von Mass Effect und übernahm dann federführend die Arbeit an Mass Effect Andromeda. Doch dieses Spiel sollte zum Sargnagel für die Zweigstelle werden. Zum Release sorgten besonders die schlechten Gesichtsanimationen für gespött bei den Fans. Auf Metacritic steht Andromeda bei einer Kritikerwertung von 7,1. Die Fanmeinung liegt bei gerade mal 5,1 Punkten. Das müssen die doch intern besprochen haben, oder? Da muss doch irgendjemand gesagt haben, hey, die Gesichtsanimationen, die sind scheiße. Was machen wir da? Und dann haben die einfach gesagt, ja komm, wir lassen das und guck mal. Und wir gucken mal. Das ist doch kacke. Kritisiert werden nicht nur die veralteten Animationen, sondern auch die Story, die in ihrer Qualität ziemlich schwankt. Außerdem hat das vierte Mass Effect auch einfach zu viele Längen. Viele Inhalte wirken recycelt, um die Spielzeit zu strecken. Hier wäre weniger tatsächlich mal mehr gewesen. Wenige Monate nach dem Release wurde BioWare Montreal dann in EAVs Motive Studios integriert, also effektiv aufgelöst. Nach dem Release von Andromeda gab es zwar noch jene Menge Patches, die das Spiel verbesserten, so richtig wurde es seinen schlechten Ruf aber nie wieder los. Die EA hatte die Marke nach der Andromeda-Enttäuschung zunächst für einige Jahre auf Eis gelegt, inzwischen ist aber zumindest ein neues Mass Effect angekündigt, auch wenn es dazu noch kaum Details und erst recht keinen Release-Termin gibt. Eigentlich ist The Lamblighters League ein ziemlich gutes Spiel geworden. Rundenstrategie à la Jagged Alliance 3 und XCOM mit Indiana Jones Flair, liebenswerten Charakteren und eine tolle Präsentation sorgten für ordentliche 83 Punkte im GameStar-Test. Leider blieben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen des Publishers Paradox zurück. Wobei selbst diese Erwartungen wohl schon sehr gering waren, denn im Juli 2023, also wenige Monate vor dem Release des Strategiespiels, wurden Berichten zufolge bereits rund 80% der Belegschaft von Entwicklungsstudio Hairbrain Studios entlassen. Im Oktober trennten sich dann Publisher und Entwickler endgültig. Paradox behielt die Rechte an Lamblighters League und einigen anderen Marken von Hairbrain. Hairbrain-Chef Wiseman sagte nach der Trennung, dass man in Zukunft wieder Finanzierungspartner für eine unabhängige Entwicklung suche. In der Vergangenheit hatte das Studio hier viel Erfolg auf Kickstarter. Woran Hairbrained als nächstes arbeitet, wissen wir nicht. Battle Tech 2 ist es aber wohl nicht, das wurde bereits bestätigt. Aufgrund des stark geschrumpften Teams werden künftige Projekte aber wohl ohnehin noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Hairbrained ist also noch nicht am Ende, doch The Lamblighters League hat das Studio fast komplett in die Knie gezwungen. Was? Leer sollte 2007, der nächste große Hit, das Spiel, das Spiel hatte ich auf der PS3, da muss man irgendwas mit Drachen rumfliegen. Das war eine Katastrophe und ich bin echt froh, dass es da keine Trophäen gab. Das war zu der Zeit, wo es noch keine Trophäen gab. Das kam auf jeden Fall, also ich hatte meine Playstation auch nicht, also die Playstation 3 nicht 2007, ein bisschen später. Ich weiß gar nicht, wann die in Deutschland rausgekommen ist. Kam die 2007 raus oder 2008? Ich glaube, ich hatte meine Playstation 3, hatte ich die 2009 oder 2008? Weiß ich nicht mehr. Müsste ich mal gucken, wann ich die erste Trophäe bekommen habe. Auf jeden Fall, Alter, das war so ein Schrott, ey. Das war so, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, habe ich wieder rausgenommen. Hier unten steht auch noch PS3, ne? Hier. Da. Das war so ein Schrott, Alter. Das war so ein Schrott, Factor 5 hatte sich noch in Deutschland mit der 16-Bit-Version des C64-Klassikers Turrican einen Namen gemacht und danach in den USA zusammen mit LucasArts die Spiele der Star Wars Vogue Squadron-Reihe entwickelt. Leer sollten nun die Erfahrungen der Star Wars-Action-Simulationen in ein mittelalterliches Fantasy-Setting übertragen. Das war ein Schrott, ey. Ursprünglich war das Spiel sogar als Open-World-Abenteuer geplant, bei dem der Spieler für zwei kriegführende Fraktionen Aufträge erledigt. Am Ende wurde Leer jedoch ein lineares Flug-Action-Spiel, das nur noch einen kleinen Teil der originalen Idee bei... So, so war das. So, da musste man irgendwas machen, Alter, ich hab's gar nicht gerafft. Die komplette Umstellung der Entwicklungswerkzeuge für die Playstation erschwerte Leers Produktion dabei allerdings erheblich. Noch dazu überschätzte Factor 5 die technischen Fähigkeiten der Playstation 3, weshalb das Team gegen Ende der Entwicklung hauptsächlich mit Performance-Optimierungen und anderen Herausforderungen kämpfte. Auf dem Gamecube hatte das Team einige Jahre zuvor bei Rogue Leader und Rebel Strike noch eindrucksvoll gezeigt, dass es die Konsolen-Hardware weit über die vermeintlichen Grenzen ausreizen konnte. Bei Leer klappte das nicht. Die Framerate ließ auf der PS3 am Ende sehr zu wünschen übrig. Der Todesstoß für die Spielbarkeit war aber nicht nur die Technik und es war vor allem nicht die Schuld von Factor 5. Stattdessen bestand Sony darauf, dass Leer exklusiv mit der Bewegungssteuerung des neuen Six-Axis-Controllers zu steuern sei. In der Praxis sorgte das allerdings für eine unheimlich fummelige Spielerfahrung. Der Patch mit klassischer Stick-Steuerung kam leider viel zu spät. Nach Verschiebungen wegen der technischen Probleme des Spiels erschien Leer dann auch erst im September 2007, fast ein Jahr nach dem US-Launch der PlayStation 3. Die Kritiken waren ziemlich vernichtend, besonders wegen der Steuerung. Leer erreichte eine Metacritic-Score von 53 Punkten. Nach dem Release beendete Sony die Kooperation mit Factor 5 und 2010 schlossen die Entwickler ihre Pforgen. 2017 wurde Factor 5 als GmbH neu gegründet und setzt jetzt unter anderem Streaming-Services wie Netflix und Crunchyroll auf Konsolen um. Aha. Okay. Chorus erschien Ende 2021 und verknüpfte actionreiche Weltraum- Deep Silver Fish Labs. Ich glaube, sind das nicht die aus Hamburg? Die haben zugemacht. Ahaha. Ich glaube, ich habe davon schon mal gehört, Fisch Labs irgendwie. ...kämpfe mit einer charaktergetriebenen Story. Entwickelt wurde Chorus von Deep Silver Fish Labs, also dem Team, das in den Jahren zuvor unter den Namen Fish Labs Entertainment viel Erfahrung mit Weltraum-Action gesammelt hat. Von Fish Labs stammte nämlich die Galaxy und Fire-Serie und Studio-Mitgründer Michael Shade gründete später das Everspace-Entwickler-Studio Rockfish. Das passierte allerdings alles bereits einige Jahre bevor die Arbeit an Chorus überhaupt begann. Zum Release waren die Kritiken tendenziell gut, allerdings verkaufte sich das Space-Abenteuer nicht so gut wie erhofft. Zum Launch spielten auf Steam nicht mal 1000 Leute gleichzeitig, trotzdem begann zunächst die Arbeit an einem neuen Spiel unter dem Codenamen Project Black. Außerdem war Fish Labs für die Nintendo Switch und die Xbox-Portierung von Valheim verantwortlich. Im September 2023 wurde ich Sains Row fand ich ganz cool. Also ich hab Sains Row 3 und 4 ja gespielt und das sag ich mal das letzte Sains Row was dann nicht mehr so geil war. Also ich fand's okay konnte man spielen aber viele haben halt es hat keine gute Bewertung gehabt. Es war auch sehr die Stadt war sehr tot sag ich mal. Also da war nichts los. Da ist Sains Row wie der GTA der Konkurrent von GTA aber das kannst du alles vergessen. Das ist halt Bullshit. ... jedoch ein Teil der Belegschaft im Rahmen der Embracer Group Kürzungen entlassen. 50 weitere der dann nur noch 95 Mitarbeiter wurden im November gekündigt. Als Grund gab Fish Labs Publishing Label Plion ehemals unter dem Namen Deep Silver bekannt an, dass das interne Project Black nicht genug Zustimmung und Finanzierung bekäme. Deshalb seien die Kündigungen unausweichlich. Damit gehört Fish Labs zu einer ganzen Reihe an Studios die von der Umstrukturierung bei der Mutter Firma Embracer betroffen waren. Seit der zweiten Jahreshälfte 2023 hat Embracer laut Gameswirtschaft.de mehr als 4500 Stellen gestrichen rund 80 Projekte gestoppt und sogar einige Studios komplett geschlossen. Alter Schwede. Redfall war einer der ganz großen Flops des letzten Jahres. 2024 kam es aber noch dicker. Alter Redfall sagt mir auch irgendwas. Denn statt noch wenigstens die letzten beiden als DLCs bereits verkauften Helden endlich auch tatsächlich rauszubringen hat Microsoft gleich das ganze Entwicklerstudio Arc war das nicht auch mit irgendwelchen Monstern wieder? Arcane Austin dichtgemacht. Dabei hat er sich das Team mit Spielen wie dem 2017er Prey aber auch vorher schon mit der Arbeit an den Dishonorediteln als Experten in Sachen Immersive Sim etabliert. Und tatsächlich stecken sogar noch ein paar kleine Reste dieser Expertise in Redfall doch gegen den aufgezwungenen Service Game Charakter des Koop Shooters hatte auch das durchaus stimmungsvolle Worldbuilding am Ende keine Chance mehr. Arcane Austin hatte offensichtlich nicht das passende Handwerkszeug und wahrscheinlich auch nicht die Motivation für ein Service Game wie es das Management bei Bethesda gerne haben wollte. Und auch nach der Übernahme durch Microsoft wurde das Projekt wohl offenen Auges weiter gegen die Wand gefahren. Seit dem Release von Prey hatten bereits einst federführende Mitarbeiter bereits das sinkende Schiff verlassen. Nach dem Redfall Disaster hatte Arcane Austin aber zuletzt wieder nach Mitarbeitern mit Immersive Sims und Singleplayer Erfahrung gesucht. Angeblich wurde sogar ein neues Dishonored gepitcht. Doch am Ende hat es alles nichts genützt. Arcane Austin ist seit Mai 2024 Geschichte. Zusammen kann man aber immer noch kaufen das Spiel. Mit Arcane Austin hat Microsoft noch drei Nein! Nein! The Evil Within 2 war ein Flop. Okay, ich hab's mir gekauft, ja, ich hab auch viel Geld dafür bezahlt, aber ich hab's noch nicht gespielt. Ich hab's sogar noch original verpackt in meinem Regal. Weitere Entwicklerteams aufgelöst. Eins davon war Tango Gameworks, das Studio hinter The Evil Within und zuletzt Hi-Fi Rush. Und ausgerechnet Hi-Fi Rush wurde nicht nur von Kritikern und Spielern hochgelobt, Achso, nee, Hi-Fi Rush war da sozusagen der Sargnagel. auch zum Release letztes Jahr von Microsoft und Bethesda selbst noch als herausragender Erfolg gefeiert. Selbst einen Tag nach der Studioschließung sagte Xbox Game Studio Chef Matt Booty sogar noch, dass Microsoft eher nach kleinen Spielen Suche, die ihnen viele Auszeichnungen und Prestige einbringen, also nach genau sowas wie Hi-Fi Rush? Einen gut nachvollziehbaren Grund für die Schließung von Tango konnte Microsoft jedenfalls nicht formulieren. Unter anderem wurde aber auch erklärt, dass man mit den aktuellen Studios zu dünn aufgestellt sei und Kräfte zusammenziehen müsse, um auch große Blockbuster-Projekte wie Starfield zu stemmen. Die Kommunikation passt da also vorne und hinten nicht zusammen, selbst wenn die Entscheidungen natürlich nicht willkürlich getroffen wurden. Die große Tragik bei Hi-Fi Rush ist jedenfalls, dass das Spiel als Erfolg galt und trotzdem nicht den Ruin des Studios verhindern konnte. Genau das hatten nach der Tango-Schließung ja auch viele andere Entwickler kritisiert. Schließlich würde selbst ein Erfolg in der aktuellen Marktsituation unter Publishern wie Microsoft nicht vor einer Studioschließung schützen. Matt Booty hingegen betonte in einer Mail an die Mitarbeiter, dass Hi-Fi Rush definitiv nicht Schuld daran sei, dass Tango geschlossen wurde. Hm, ja was denn nun? Die Wahrheit ist etwas komplizierter und liegt wohl irgendwo dazwischen. Microsofts Gaming-Sparte geht aktuell ganz schön zurück, die Hardware-Verkäufe der Xbox sind rückläufig und auch der Game Pass wächst nicht mehr so immens wie früher. Und wenn das erwartete Wachstum ausbleibt, werden Ausgaben zusammengestrichen und das Unternehmen wird, wie es so zynisch heißt, gesund geschrumpft, um Aktionäre und Investoren zufriedenzustellen. Microsoft will sich laut Matt Booty auf einflussreiche Titel und Blockbuster-Spiele konzentrieren, also mehr Elder Scrolls, mehr Fallout, weniger Experimente. Fallout würde ich auch gut finden, neues. Wie diese Aussage mit dem Wunsch nach mehr kleineren Spielen zusammenpasst, wissen wir auch nicht, aber die Unsicherheit, welches Studio es als nächstes treffen könnte, bleibt bestehen. Hi-Fi Rush ist also wahrscheinlich ein Sonderfall in dieser Liste und trotzdem wird uns das Spiel in Erinnerung bleiben, nicht nur, weil es ein tolles Erlebnis war, sondern weil es trotzdem wohl nicht genug war, um die nötige Zuversicht für eine Zukunft des Entwicklerstudios zu inspirieren. Aber wie am Anfang des Videos schon gesagt, es braucht nicht immer ein schlechtes Spiel, um ein Studio zu ruinieren. Und das gilt in der aktuellen Marktsituation wohl mehr denn je. Alright, Freunde. Gutes Video. Fand ich, fand ich, war gut. So, Like haben wir gegeben, irgendwas ist hier kaputt, ich weiß nicht genau was. Ich wollte nochmal kurz Kommentare gucken. Es sind nicht die Spiele, die Studios ruinieren, sondern die Fehlentscheidung der Führungsetage. Schlechtes Management. Zeitpunkt, wo das Upper Management, aha, interessant. Management, ich lese immer nur Management. Na gut, Freunde. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Callisto-Protokoll dabei ist, weil ich fand das Spiel ganz geil. Und falls ihr da mal reinschauen wollt, könnt ihr direkt bei mir auf dem YouTube-Channel schauen. Da ist das komplette Gameplay von A bis Z inklusive dem DLC dabei, also dem Story-DLC. Und, ja, das dazu. Und ich bin mal gespannt, welches Studio als nächstes zumacht. Rockstar wird es auf jeden Fall nicht sein. Ist Rockstar ein Studio? Ja, genau. Rockstar ist das Studio und Take-Two ist der Publisher. So war's. Alright, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.